Aus unserer Sicht hier in der Praxis hat sich die Korvette absolut bewährt. Die Technik funktioniert jetzt und ich kann da direkt den Vergleich zum Schnellboot ziehen, weil dort meine Vergangenheit auch liegt. Wir haben einen unglaublichen Komfort für die Besatzung, das heißt sie kann regenerieren an Bord. Wir haben lange Stehzeiten in See, das sind ganz klare Vorteile. Wir haben weitreichende Sensoren, wir haben Datenverarbeitung, wir haben Satellitenverbindung. Wir spielen einfach komplett mit, mit einem der modernsten Schiffe, was man heute auf den Weltmeeren überhaupt finden kann. Wir befinden uns jetzt gerade in der Operationszentrale der Korvette Magdeburg, der OPZ. Das ist so das Herz des Schiffes. Hier hinten in der Ecke befinden wir uns gerade in der Weapon Section Base. Das ist der Bereich, von dem aus wir das gesamte System überwachen. Auf alten Kriegsschiffen haben wir für jedes Waffensystem bestimmte Bedienstationen gehabt, die dann angewiesen wurde mit irgendwelchen Daten und dann daraus geschossen wurde. Hier gibt es diese Trennung grob nicht mehr. Das heißt, wir können hier, wir haben hier eine Anzahl von elf Arbeitsplätzen, davon haben wir auch sieben, komplette Möglichkeiten, alle Waffen zu steuern. Im Prinzip können Sie sich das vorstellen, als wenn wir, wie Sie zu Hause, ein kleines Netzwerk haben, in dem mehrere Computer drin sind. So haben wir hier zwei große Netzwerke liegen, die redundant zueinander, also unabhängig voneinander verbaut sind. Und innerhalb dieses Netzwerks, des sogenannten Combat Direction Systems, sind die Sensoren angeschlossen. Das heißt, unser Radar, unsere elektro-optischen Sensoren, die Miradore. Zusätzlich sind die Waffen angeschlossen. Das heißt, der Turm, die beiden Rahmenwerfer. Und zusätzlich sind diese ganzen Computer hier angeschlossen. Und das Ganze bildet ein Netzwerk, wie gerade schon angesprochen, redundant, also über zwei verschiedene Netzwerke hinweg, bei dem verschiedene Knotenpunkte ausfallen können ohne Probleme und durch andere aufgefangen werden. Ja, das ist, wie gesagt, eine unserer Hauptsensoren, das TS3D. Wir nutzen es zur Seeraumüberwachung und zur Luftraumüberwachung. Wir haben dafür natürlich verschiedene Modi, die wir zuschalten können. Einige sind optimiert, um in die Ferne zu blicken, bis zu 108 nautischen Meilen etwa, sagt man. Andere sind optimiert, schneller Ziele zu erfassen, wenn wir Waffeneinsatz beispielsweise machen wollen. Dann ist es natürlich wichtig, dass wir ganz schnell Updates kriegen, wo sich das Ziel gerade befindet. Gerade bei fliegenden Objekten, die sich doch schneller bewegen als die seefahrenden Einheiten. Und das kann dieses System alles. Wir übermitteln das Ganze dann in das Combat Direction System, was wir gerade unten gesehen haben. Und das wiederum verwandelt das direkt in Tracks, die von uns dann zugeordnet werden könnten. Ist es ein Freund? Ist es ein Feind? Wissen wir es noch nicht so genau. Das machen dann die Operatöre unten. Wir sorgen quasi dafür, dass das Signal bei denen ankommt und die Operatöre entscheiden dann, ist es ein Feind? Ist es ein Freund? Das ist unser RAM-Werfer. Das ist ein System mit kleinen, leichten Flugkörpern zur Nächstverteidigung gegen andere Flugkörper, gegen Luftziele. Wir können es mittlerweile auch gegen Sehziele einsetzen. Es ist dann primär dafür gedacht, sollten wir angegriffen werden von Luftfahrzeugen oder von Flugkörpern, dass wir ganz schnell reagieren können. Da drin sind intelligente Suchkörper. Das heißt, wir schießen die raus und die suchen sich dann über verschiedene Arten von Erkennungen ihr Ziel. Hat eine Trefferwahrscheinlichkeit von 98 Prozent. Das heißt, mit zwei von den funktionierenden Systemen, eins hinten, eins vorne, fühlen sich doch relativ sicher gegen Luftangriffe. Das heißt, mit zwei von den funktionierenden Systemen, eins vorne, fühlen sich doch relativ sicher gegen Luftangriffe. Das heißt, mit zwei von den funktionierenden Systemen, eins vorne, fühlen sich doch relativ sicher gegen Luftangriffe.